Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 Remake. Wir haben ja unsere Waffe jetzt richtig hardcore verbessert und ich bin mal gespannt, wie die jetzt reinschlägt. Vielleicht one-shotte ich ja manche jetzt mit einem Schuss. Wäre auf jeden Fall sehr geil. So, weiter geht's. Da müssen wir lang. Und, ja doch, ich hab mich... Ja, das da unten werde ich halt mal ignorieren. Ich hab ein bisschen Munition wieder und das macht alle froh. Vor allem mich. Wir sind nämlich jetzt da nicht... Ach doch. Treffen sollte man. Dann hätte man mehr Munition. Ja. Wollte grad sagen, es sieht schon so aus, als würde sich jetzt da jemand verstecken, aber anscheinend nicht. Nicht verstecken, aber sowas. Ich bin ganz ehrlich, ich scheiß auf diese Jator-Dinger. Lieber will ich meine Munition behalten. Kann ich da? Ach ja. Oh, Rausch da... Oh, fucking L. Keine, da zieht L. Oh, jetzt krieg ich aber viel Heilung. Mal gucken, ob da Loot ist. Eine Uhr. Eine sehr große Uhr. Was das wohl bedeutet. We will see... Chronik der Arbeit 1, Juli, zwei Jahre nach meinem Erwachen. Ramon, mein über alles erhabener Herr und Gebieter, hat mir die wahrlich rechtschaffende Aufgabe erteilt, die Schwächen unserer menschlichen Form zu überkommen. Nach Perfektion zu streben, wie wir sie in unseren gliederfüßigen Geschwistern beobachten. Ich werde dieser Sache bereitwillig mein Leben widmen. Januar, vier Jahre nach meinem Erwachen. Mein Erfolg steht und fällt mit der Frage, ob ich die schwarze Flüssigkeit erfolgreich in den menschlichen Körper übertragen kann. Die Gebärmutter ist der Schlüssel. Keine Seelen haben sich als äußerst vorbar und anpassungsfähig erwiesen. Januar, sechs Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe die heiligen Larven, die die Auserwählten in ihren Gebärmüttern tragen, nach mir benannt. Jutu. Sie sollen das Ansehen meines Familiennamens tragen. Ganz als ob ich sie aus meinem eigenen Fleisch geboren hätte. Die Jutu haben nun etwa die Größe eines erwachsenen Menschen und sie fressen und vermehren sich ohne Unterlass. Ich habe erfolgreich eine neue Spezies erschaffen. Mein Err hat meine Bemühungen gewürdigt und mir sein Lob erteilt. Er hat Gefallen an den Jutu gefunden und nennt sie Novistadores. Die Ungesehenen. Mir wurde mitgeteilt, dass sogar seine Heiligkeit Lord Settler höchstpersönlich seine Zufriedenheit mit meiner Arbeitausdruck verliehen hat. Welch große Ehre. Ich kann durch den Schleier meiner Freudentränen kaum erkennen, was ich schreibe. Sein treuer Diener Isidro Uriarte Talavera. Talavera. Okay, cool. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Huch. Sind wir jetzt im Thronsaal? Ne, Ballsaal. Ach, da hinten ist der Thronsaal. Ja, Ballsaal. Aber hey, hier kann man looten. Und Schießpulver. Es, uh, es gefällt mir. Es gefällt mir mal so richtig gut. Ein bisschen sortieren wir. Aber gut, dass wir so viel Erste Hilfespray haben. I like. Ja, ja. Du bist doch safe am Leben. Oder du bist eine ausgekotzte Larve. Soll ich mal drauf schießen? Tatsächlich. Das war jetzt aber nur die, oder? Ne, da fliegt noch eine. Uh. Ja, perfekt. Aua. Kleines Stück Scheiße. Ekelhaft. Ekelhaft. Aber das war's. Vorerst. Ist da unten noch eins. Ach ja. Ihr ekligen Geschöpfe. Irgendwo sind wir noch mehr. Ja, ja. Da kommen sie schon. Der Thron soll. Hier lang. Boah, ja. Perfekt. Bäh. Die mal aufplatzen. Alter, die machen mir aber gut Schaden, die Kackdinger. Uh, S. Rohstoff S. I like. Aber ich... Mag nur Munition. Okay. Ich verbrauche trotzdem mehr Munition, als ich bekomme. Ey, Mann. Uh. Aber Two-Shot. Das ist schon mal geil. Egal, wie ich die anscheinend treffe. I like, I like, I like. Like, I like, I like. Die Two-Shot-Gun. Platsch. Uh. Nach da oben. Platsch. Er mit dem Loot. Kommok, Käfer. Aber... Ja, ja, genau. Das Zeug, das will ich nicht liegen lassen. Hauptsache, der Händler ist wieder hier in der Nähe. Mann, oh Mann, oh Mann. Der ist echt überall. Ja, wo ist denn das Kraut? Hier. Ne, das ist eine Handgranate. Wo haben wir denn das gute Stück? Hier links. Oh, ach da. Und das andere? Platz. Ach, guck mal da. Komm, das kann ich doch abmessern. Perfekt. Eine Rubin. So, wir haben so viel Heilung. Ich würde sagen, das Rote behalten wir. Das hauen wir uns rein. Dann Muni. Was kann ich noch herstellen? MP. Warum nicht? Mal nachladen. Ja, so langsam fühle ich mich wieder ein bisschen wohl. Mit der Ammunition. War ich hier auch schon oben? Oder bin ich von hier gekommen? Ne, von da bin ich safe nicht gekommen. Einer weniger. Huch. Ja, super. Ekelhaften Kackdinger. Wie viele gibt's denn davon noch? Alter, richtig viel zum Einsammeln auf jeden Fall. Das gibt's doch nicht. Okay, wenigstens geht das Tor, zumindest Teil 1 davon auch. Huch. Ah, natürlich. Noch mehr? Ne. Mein Gott. Geld, 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 Geld. Ich will kein Geld. Genau, Muni will ich. Noch mehr. Mehr, wie ich verbrauche. Ich verbrauche viel zu viel Munition. Verdammte Scheiße. Das ist kein guter Deal. Mehr Muni verbraucht, als man bekommt. Das ist alles andere als ein guter Deal. Okay, dann bin ich von da wohl gekommen. Gut, dann klettern wir die Leiter hoch. Nein, 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 nein. Wir sind wohl... Oh. Vor allem hier waren auch noch ein paar mehr. Ach, jetzt? Das war der letzte, oder was? Ja, perfekt. Jetzt hört die Musik auf. Bläsern, öffne dich. Bläsern, öffne dich. Wo geht es jetzt da hin? Ach, nee, das habe ich gerade aufgemacht, oder was? Hä? Ah ja, doch. Oh, ich habe tatsächlich auch alles eingesammelt. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Okay, was haben wir denn noch? Okay, wir können noch ein bisschen MP herstellen. Das sind schöne Aussichten auf mehr. Was ist das schon wieder? Eine Durchsage. Also, das war's schon. Und mehr will er nicht sagen. Kein, ja, wir haben das und das mit ihr gemacht, oder so. Gar nichts. Wo sind denn jetzt eigentlich die restlichen ähm, blauen Teile? Und die noch? Oder er nicht? Ja, gut. Was ist eigentlich das da? Sieht komisch aus. Es muss einen Weg geben, die Brücke zu senken. Ja. Mit der Schrottmunde. Gibt es immer einen Weg. Oh. Ach, ich habe irgendwie das Gefühl, dass gleich wieder was kommt. Also, bevor ich da drin bin. Ja, und jetzt? Warte mal, war da nicht gerade was? Nee, das ist nur dieses Zugdings. Soll ich jetzt mal eine Munition verbrauchen? Soll ich ein bisschen rumprobieren? Soll ich einfach aufs Seil schießen? Was ist denn mein Leben? Ja. Zurück, maybe? Oder warte mal, der Pavillon ist doch aus einem guten Grund hier. Oder auch... Ah, aha, 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 aha. Ja, danke für die gelbe Farbe. Ich hätte es niemals herausgefunden. So, jetzt crashen wir die Party. Och, nee. Ja, perfekt. Oh, 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 oh. Ja, kommt her. Ja, kommt her. Jawohl. Greif die anderen an. Das ist einfach fucking zweisinn, Junge. Ach ja. Boah, alter. Boah, mein Gott, aua. Ja, natürlich trifft er mich. Alter, diese Kratzwunden. Ähm, ja gut, eins haben wir ja. Na, haben wir noch eins. Uiuiui. 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 Boah. Boah, bist du dumm. Oh, du kleiner Wichser. Ach, du Scheiße. Uuh. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Das sind zwei. Ich hatte schon mit einem so Probleme. Ja, und dann ist da noch so einer. Ja, perfekt. Wupp. Ja. Alter, was die Schaden machen. Bist du bescheuert. Meine Granate hat einfach nichts gebracht. Hup. Boah, alter. Die töten einfach alle von denen. Hm. Einfach egal. Uiuiui. Du kleiner Huren. Alter, hab ich mich erschrocken. Was war ich denn mit dem scheiß roten Kraut? Kann ich das... Nein, kann ich nicht. Ja, cool. Ja, ich werde sterben. Ich kann nichts machen. Ah, oder ich kann doch noch weg. Hm, perfekt. Moin. Heilung wäre cool. Ist hier irgendwo Heilung. Bolzen. Echt hier? Ah, eine Handgranate. Okay. Muss ich noch da hinkommen. Der Typ bleibt auch nur da oben. Oh, wo kommst du denn her? Oh. Hey, das ist so lästig mit dem Typis. Ah, ich hab keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wenn die anderen Dulis da noch sind. Ach ja, okay. Kannst natürlich auch einfach umdrehen. Ist kein Problem. Okay, der erste ist down. Boah. Aber ich bin halt tot. Perfekt. Ich weiß nicht, was ich mach. Blendgranaten. Zumindest kurz weg. Alter, ich bin so hart tot. Was? Ja, perfekt. Und die bringt mich um. Oha. Oder der andere. Oh, was? Die leben ja beide noch. Wie? Die leben beide noch. Alter. Und ich krieg keine Heilung. Alter. Willst du mich verarschen? Ah, doch hier. Ja, perfekt. Einen. Alter. Was ne Scheiße, Junge. Es ist einfach komplette verrückte Scheiße. Der stirbt halt nicht. Der stirbt nicht. Und der Typ da hinten, der fuckt mich auch echt ab. Ja, perfekt. Ja, und schon hat er mich. Ja, und da kommt der nächste. Ja, perfekt. Ja. Super. Ja, tötet mal den Kumpel von euch. Ey. Sag mal, wie viel muss ich denn da drauf ballern? Dass die tot sind. Alles mal ernsthaft. Ja, danke für dieses automatische Zielenspiel. Damit hast du mir jetzt wirklich einen Favor getan. Ja, wenigstens sind die anderen zwei tot. Aber ich werde auch sterben. Safe call. Ja. Ja, ja. Wo ist der andere? Da ist der andere. Ja, perfekt. Huch. Mein Gott, was soll ich tun? Oh, gib mir doch fucking Heilung. Ah. Ja, geil. Jetzt ist der Tisch auch noch weg. Ah, perfekt. 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 Ich hab keine Muni gefühlt. Alter. Das gibt's nicht. Wie viel hält der aus? Jetzt mal ohne Scheiß. Boah, Alter. Hau ab jetzt. Ach, der ist jetzt tot. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Jetzt ist es leichter. Jetzt ist es deutlich leichter. Aber wenn ich ziemlich tot bin. Ja, wo ist der denn jetzt? Jetzt hat er keine Lust mehr. Gut, dass ich da noch Zweck hab. Und ne Blendgranate hab ich auch noch. Die ich die ganze Zeit nicht benutzt habe, weil ich nicht dran gedacht hab. Außer einmal. Junge, Junge, Junge. Junge. Ich schwör bei allem, was ich habe. Ich hätte gedacht, ich geh drauf. Scheiße. Alter, das war jetzt echt too much für mich. Mal gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwelche Vasen finden, die noch nicht ganz zerbettet... Ah ja, da hinten. Noch nicht zerbettet. Ah ja, hier auch noch. Stoff S. Ja, ganz nett und so, aber... Ja, Bolzen, super. Ja, Flä... Ja, perfekt. Ja. Heilung, bitte. Ich bin komplett tot. Kann ich nochmal zurücklaufen? Da ist einfach... Oh mein Gott. Wie ein Aufsatz. Jetzt krieg ich lauter Zeug, dass ich nicht gebrochen kann, oder was? Guck mal, das ist noch eine. Oh, danke schön. Das ist das, was ich gebraucht habe. Ja gut. Bolzen, ja, weg. Ich wollte nicht. Bolzen, weg. Ja, ich verkaufe, ich wollte nicht mehr. Ich glaube, mehr habe ich nicht. Gut, dann packen wir jetzt die schönen Hörner drauf. Zack. Unfaire Kacke. Huch. Fire in the hole. Ich weckste mal auf die andere Waffe, weil... Pistolen... Moni hätte ich schon gern ein bisschen mehr. Dann gucken wir doch mal, was passiert. Ashley! Leon, stopp! Ben, komm nicht näher! Bist du verletzt? Pass auf! Hü- Nein! Ah! Bitte, fahrt fort. Nein! Wehr dich nicht, Liebes. Glaub mir, die Qualen wären nur noch unerträglicher. Bitte! Bitte! Damit kommen wir aus. Oh, ich bin schief. Höf! 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 Hm, das ist gut. Warum gibt es in jedem verfickten Resident Evil immer irgendwas mit der verfickten Kanalisation oder ähnlichen? Was ist das? Ein Skelett? Irgendein Viech Na, auch so erledigt? Ja, bin fix und fertig. Zumal ich wieder gefühlt nichts sehen kann. Ach, der zuckt noch. Das habe ich gesehen. Ja, ja, Jumpscare, komm. Hä? Okay, dann hat er sich einfach nur so wegen dem Wind da unten bewegt oder was, wegen dem krassen Sturm. Egal. Da, 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 da. Mal was für coole Gegner habe ich hier unten. Die Musik, ja. Was zum? Na, was darf sein? Show me. Show me. Show me, komm. Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon das längste Resident Evil Spiel ist. Also zumindest von den Remakes. Weil ich glaube nicht, da, oh mein Gott. Geil, wenn man nichts sehen kann. Äh, zumindest von den Remakes. Was? Ach, die da schon wieder. Weil alle anderen kann man ja gefühlt nur so zwei Stunden durchspielen und schneller. Aber ich glaube nicht, dass man das in zwei Stunden durchgezogen bekommt. Oder es gibt bestimmt wieder so ein paar kranke Speedrunner, die es hinkriegen. Also ich habe die ersten zwei auch recht schnell durchgespielt. Aber ich glaube nicht, dass ich den Teil so schnell durchbekomme. Wenn ich ehrlich bin. Runterspringen. Da wo sich das Viech gerade bewegt hat. Na dann. Liebe es. Weil ich so wenig sehen kann. Äh, freut sich nicht über Geld. Ah. Natürlich. Andere Seite. Okay. Gibt es noch? Pass auf. Ach, ups. Notiz eines Gefangenen. Ein weiterer Tod. Wie lange ist es her, seit ich hier runtergeworfen wurde? Das magere bisschen zu essen, das wir zu Anfang bekamen, ist aufgebraucht und sie geben uns nicht mehr. Mein Körper schmerzt vor Hunger. Der Durst ist unerträglich. Die meisten sind dazu übergegangen, das schwarze Wasser zu trinken. Der erste, den es erwischte, war Herminio. Er war so schwach, dass er nicht einmal laufen konnte, doch dann geriet er auf einmal völlig außer sich. Als er sich endlich wieder beruhigte, waren zwei tot. Wir sollten diese dunkle Flüssigkeit nicht trinken. Nun hat der Tod auch meinen guten Freund Abelardo zu sich geholt. Er hat bis zum Ende gekämpft. Das einzige, was mir bleibt, ist, ihre toten Körper zu ehren und zu beten. Dass ihre Seelen Frieden finden werden. Oh Herr, warum stellst du uns auf solch eine Probe? Ja, genau. Der Herr. Warum, halt das Maul. Ah, easy. Easy Trip. Elegante Kro... Also, wenn das nichts wert ist, dann weiß ich auch nicht. Ach, da ist er. Er sieht schon ein bisschen länger tot aus. Ach, das Kraut will ich haben. Das mixen wir mit dem... Hab ich denn jetzt auf einmal den Forellenbarsch her? Hä? Hä? Ja, gut. Äh... Ja, futtern wir den mal. Nein, ich brauch noch einen Rohstoff. Naja, dann geht's hier wohl wieder nach oben. Super. Zumindest noch ein bisschen. Ah. Hoppala. Auch das noch. Ja. Aber das auch noch geht erst weiter in der nächsten Folge vom Resident Evil 4 Remake. Deswegen bis dahin, euer Gontanamu. Tschüss. Liebl сист weiour des Realmschiffus. Ja, wir in demце. Wadah.